Protokolle einsehen OS X hält Systemvorgänge sowie alle Fehlermeldungen in einer Protokolldatei fest. Um diese Protokolle einzusehen, startet man das Programm Konsole im Ordner Dienstprogramme. Dort werden die Meldungen der letzten Tage und Wochen aufgelistet. Um mehr Informationen zu erhalten, klickt man auf Protokollliste einblenden. Unter Dateien ist dann zum Beispiel das Protokoll des Systems Systemlog zu finden, das sich jedoch nur einsehen lässt, wenn man als Administrator angemeldet ist. Und unter Library Logs findet man die Meldungen der Anwendungen sowie den Crash Reporter. Letzterer listet auf, welches Programm sich wann durch einen Absturz verabschiedet hat. Die Informationen sind für Normalsterbliche kaum zu entziffern. Man kann jedoch über die Suchfunktion nach Programmnamen oder nach Begriffen wie Error oder Fail suchen, um die Zahl der Meldungen zu reduzieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017